Sie ist Emma, ist ein Kind, so wie Kinder eben sind. Als sie weinte, sie erinnert sich, nahm sie den Trank. Er schmeckte nicht. Ein Traum? Ihr Wunsch ließ Zeit verspinnen. Nun ist sie alt, verzweifelt und von Sinnen. Er hat an der Uhr gedreht. Und Jahre später, ihr versteht? Im Altersheim lässt er sie darben. Sie darf kein Recht auf Jugend haben. Sie soll sich fügen diesem Plan. Kein Notauschstück, kein Rettungskahn. Ihr Hilfefall. Sie will zurück in die Vergangenheit. Ihr altes Glück. Ist das, was ihr in diesem Stück begegnet, gar schlimmer als ins Scheiße regnet? Wir haben uns angezogen für die richtige Gelegenheit. Wenn sie will, aber jetzt will alle in die Arbeit. Aufwachen! Aufwachen! Nein! Oh, bitte! Gesprochen war das gut, aber noch ein bisschen langsamer war mir besser. Und jetzt zu euch. Kommen Sie in die Vorstellung, solange Kühe noch nicht fliegen können. Wir freuen uns auf Sie. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020